Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder euer Sahadoum mit einer neuen Folge Aquasus Entry and Wurm. Wir spielen als das römische Imperium. Wir sind hier stark auf dem Vormarsch, konnten die Hauptstadt des Ptolemaea Empires letzte Folge erobern und auch die Hauptstadt Carthagos, was verwunderlich war. Carthago war nicht die Hauptstadt, sondern Tchelpha in Nordafrika. Wir können gleich mal nachschauen, was jetzt die Hauptstadt ist. Können wir die sehen? Also das ist ja dann immer so ein Stern. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt hier zum Stern geworden ist Carthago, aber wir haben ja hier eine Flotte. Wir können uns anschauen. In Carthago vielleicht die Hauptstadt ist. Wir haben keine Sicht richtig drauf. Wir können das mal bei dem Ptolemaea Empires überprüfen. Da hatten wir ja auch die Hauptstadt Robert. Sehen wir denn da jetzt die neue Hauptstadt? Ja, da sehen wir es. Also ist Carthago nicht die neue Hauptstadt von dem Carthagischen Reich. Weil hier haben wir ja auch keine Sicht drauf. Und hier sehen wir es, dass das hier zum Stern geworden ist. Mhm. Okay, weiter geht's. Da muss noch ein bisschen geheilt werden, die Legion. Die hat man extra hergezogen, dass die Legion geheilt wird. Wir sehen uns vor allem, dass die Legion結束 wird. Die müssen Locke gehen, dass wir zu einem neuen Hauptstadt Court und ich bin hier in einem neuen Hauptstadt. Hier wird nochmal ein bisschen verläufig wird. Vielen Dank. 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 Die angeschlagene Flotte muss rebelen werden. Jetzt ziehen die mal zu nahe unter dem Hafen. Von uns rum und genügend. Oh! Das ist eine katharische Flotte. Reicht man die hier? Ja. Macht's mal gut mit eurem kleinen Schiff. Ja, so ändern sich die Zeiten. Könnt ihr euch nach am Anfang das Let's Play erinnern? Beziehungsweise kurz nach dem Anfang, als wir Krieg mit Kartago hatten und wir noch keine Drehriemen hatten. Ja, das war eine schwierige Zeit, wo wir uns dann mit Galern zur Wehr setzen mussten. Und jetzt haben wir die Seeherrschaft über das Mittelmeer. Siedleinheit. Mal angreifen. Siedleinheit. Mal angreifen. Frische Truppen an die Front. Ihr habt mehr gesagt, wir tauschen das. Genau. Zwei! Ich zeige, wir gehen hier oben hin. Zum Ein-Motten. Lup-Dunum. Wollen wir angreifen. Gute Aussichten. Wir haben halt nichts besseres hier oben. Jetzt sind wir gerade am Start, außerhalb dieser Schwertkämpferarmee, aber die hat leider keine Bewegungspunkte mehr. Unentschieden ist der Kampf ausgegangen. Wir können noch ein zweites Mal angreifen. Jetzt sind wir absolut überlegen. Die Stadt könnte erobert werden. Hier greifen wir direkt die Stadt an und nicht die Armee, die daneben steht. Wir wollen nur nachschauen, weil das ist ja eigentlich die letzte Stadt, aber anscheinend dauert es vielleicht noch eine Runde und dann könnte es sein, dass diese Armee hier überläuft zu uns. Wir werden sehen, dass das so ist. Die Reiterarmee schicken wir in den Westen. Im Osten haben wir genügend Armeen im Moment zur Verfügung und brauchen jetzt auch nicht unbedingt noch so eine Reiterarmee, weil die Wege werden hier relativ kürzer. Und da können wir ganz normale Truppen einsetzen. Was wir auch nochmal machen können, die Geburtenrate hochsetzen. Das läuft richtig gut mit Nahrung als auch mit Gold. Ach, hier hat man die Mine angeschlossen. Dann werden wir hier noch eine Straße hinzimmern. Zu den zwei Städten da unten. Die Legion muss ebenso an die Front geschickt werden. Mittal Sehr gut mit Nahrung als auch mit Nahrung alsnachung. Hier muss eine Notfallreparatur durchgeführt werden, die Stadt muss ganz normal repariert Er hat mir gesagt, erstmal auf die Städte konzentrieren und dann die Gebäude und Minen Das werden wir auch so machen Leute, ich glaube, es könnte sein, dass wir gerade eben gewonnen haben Wir waren ja bei 99% Militärüberlegenheit Wir sind gespannt Wir sehen jetzt halt noch Athen, wie die Art J-Blatt machen Die sehen keinen Stich gegen die Athener Und Athen hat natürlich auch noch Krieg gegen die Antigoniden Sehen wir da noch ein bisschen Action Und da sehen wir die Action Die Antigoniden kommen durch mit zwei Hoplidenarmeen Das spielt uns natürlich auch wunderbar in die Karten Dass die Antigoniden anscheinend doch noch ein ernsthafter Gegner für die Athener sind Die Pondos hat auch ein bisschen ein paar Gebiete einverleibt, aber nur minimal Und die Germanischen Stämme sind nicht klar für Verlierer, auch ebenso wie die Kelten Die Antigoniden sind beide kurz vor der Auslöschung Die Arthosen wehren sich auch tapfer gegen die Antigoniden Relativ ausgeglichen, finde ich, den Krieg da noch Der Krieg da auch schon eine ganze Rolle Der Krieg dieser zwei Reiche Können sie die Stadt erobern? Hm, sieht nicht so aus Oh nein Das ist der Trysische Königreich auf Galern Das ist der Trysische Königreich auf Galern Genau, greift euch noch untereinander an. Die Kelten und das... Die Massilia... Ne, das war unser Tempel. Scheibenkleister. Da haben wir einen Tempel verloren. Aber... Aber wir haben das Spiel gewonnen. Ja, Game is finished. Wir haben gewonnen durch die militärische Überlegenheit. Sehr schön. Genial. Jetzt wissen wir es. Wir hatten uns ja immer gefragt. Ja, das Ptolemäer Empire war immer so, oder kurz vor Ort, 80%. Dann dachte man, ja, vielleicht reicht ja schon 80%. Dann müssen wir irgendwas unternehmen, dass die halt nicht darauf kommen. Und deshalb haben wir den Ptolemäern dann auch den Krieg erklärt. Wir wollen es jetzt nicht fortsetzen. Ptolemäern. 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 Und da haben wir nochmal eine kleine Endsequenz gesehen. Victory Condition Completed. Und da war der Bonus gegen diese Nation und der war jetzt gegen Carthago Immense und auch mittlerweile gegen das Ptolemäa Empire. Das Ptolemäa Empire konnte uns noch etwas länger standhalten als Carthago. Aber dann irgendwann ist das halt auch zusammengebrochen. Oh, jetzt muss man es mal anschauen, ist das hier tatsächlich so was wie bei den älteren Zivilisationsteilen, da gab es dann auch nochmal so einen, ja wie will man es nennen, einen Rückblick, den man sich dann anschauen konnte. Speed 1 ist vielleicht ein bisschen zu langsam, wir machen mal die drei Statistiken, wollen wir uns das jetzt mal nie anschauen, wir wollen uns das mal tatsächlich langsam anschauen. Läuft das jetzt schon? Ja, es läuft gut. Wir können es auf Stufe 5 erhöhen. Da können wir nochmal rekapitulieren, wie das alles so am Anfang lief. Halt, ach Scheibenkleister, jetzt habe ich das abgebrochen. Dammtage. Ja gut. Also, dann rekapitulieren wir das selbst halt nochmal. Wenn ich mich recht entsinne, war das halt so, dass wir hier mit Epiros erstmal im Krieg klagen, die zurückschlagen konnten, dann oben auch noch Krieg hatten gegen Massilia, da auch langsam Boden gut machen konnten. Ein, zwei freie Städte waren hier oben noch dabei gewesen, die immer erobern, die wir aubert hatten. Dann erklärt uns irgendwann Kartago den Krieg und das war dann schon ein kritischer Zeitpunkt, da wir überhaupt noch nicht allzu stark waren und wir nicht die Seherrschaft hatten. Das war ein riesengroßes Problem für uns am Anfang. Kartago hatte halt schon die verbesserte Technologie, die verbesserten Einheiten, die Tririmen und wir hatten halt leider nur Galern. Und die sind... Nein, wir hatten noch nicht mal Galern, genau, stimmt. Wir hatten noch nicht mal Galern. Die Kartago hatten Galern. Ja, und die sind halt haushaub überlegen, die sind normalen Schiffen. Dann später hatten die Tririmen. Und wir hatten halt auch noch keine Tririmen, sondern nur Galern. Und da hat man versucht mit einer Galernflotte, ich weiß nicht, sechs, sieben Schiffe waren das, sechs, sieben Flotten, die Seherrschaft schon an uns zu reißen. Das wurde aber zunichte gemacht. Wir verloren die Seeschlacht gegen Kartago und hatten dann halt hier ein Problem, auf Sizilien uns da zu halten. Konnten uns dann aber trotz alledem über kurz oder lang Sizilien sichern, Kartago zurückdrängen. Und als wir dann die Technologie erforscht hatten, um Tririmen zu produzieren, produzierten wir diese auch in Massen und konnten Kartago die Seherrschaft abtreten. Ja, danach ging es gegen Massilia. Dann gab es hier, was war das für ein Reich, ich glaube, das war alles Massilia, das war alles Massilia, die konnten wir zurückdrängen. Und die Galicischen Stämme waren hier auf der iberischen Halbinsel vertreten, die konnten wir auch so langsam aber sicher zurückdrängen. Das Problem war dann, dass die Ptolemäer sich immer mehr maus hatten. Die wurden immer stärker, Kartago wurde immer schwächer, da wir. Dann hier auf der iberischen Halbinsel auch im Süden kartagische Städte erobern konnten. Und die Seherrschaft war ja sowieso schon uns. Da konnten wir dann auch die kleineren Inseln hier, Sardinien, Corsica und die Balearen an uns reisen. Dadurch war Kartago schon mächtig geschwächt. Und man sieht es ja hier, wie weit wir die mittlerweile zurückgedrängt haben. Spätestens als wir dann hier in Nordafrika gelandet sind mit unseren Legionen, hat man gemerkt, Kartago hat nichts mehr Großartiges uns entgegenzusetzen. Die Armeen kommen nur noch tröpfelweise, die sie uns entgegenschicken konnten. Das Hauptproblem war dann das Ptolemäische Empire. Die hatten nämlich die Seleukiden komplett vernichtet. Kleinasien unter ihrer Kontrolle standen dann kurz vor 80% Winning Conditions, wo wir dann schon ein bisschen, ja, Angst hatten, dass vielleicht ab 80% schon der Sieg da ist. Aber jetzt mittlerweile wissen wir es ja, bei 100%, wenn man 100% eins dieser Siegpunkte hier erreicht hat, dann hat man gewonnen. Wir haben das halt mit dem Militärsieg, den man hier jetzt leider nicht mal sieht, geschafft, 100% zu erreichen. Und da hatten wir uns dann gesagt, ja, da sollten wir doch mal noch eine Invasion des Ptolemäer Empire starten. Was wir dann auch getan hatten, ich glaube, 5, 6, 7 Armeen dann rübergeschickt, angelandet hier in Nordafrika und konnten dann einen Brückenkopf schlagen. Hatten dann einen kleinen Rückschlag mal, da eine Stadt übergelaufen war, wieder zum Gegner. Aber konnten das dann festigen, trotz heftiger Gegenwehr des Ptolemäer Empires. Also die standen noch ordentlich im Saft und konnten hier eine Armee nach der anderen gegen unseren Brückenkopf schicken. Hatten es halt kurzfristig auch fast geschafft, uns zurückzudrängen. Tatsächlich, ja, gerade wo diese Armee dann gefallen war, das war ein kritischer Zeitpunkt. Aber wir konnten uns nochmal konsolidieren. Und spätestens dann, als die ersten Nachschub-Legionen und Armeen aus dem Heimatland nach Nordafrika kamen, konnten wir hier die Wende tatsächlich noch bringen. Also, ja, was heißt die Wende? Wir hatten ja hier uns schon wieder stabilisiert, aber mit den neuen Nachschub-Legionen konnten wir dann halt einfach den Sieg in Nordafrika festigen. Und als wir dann hier kurz vor der Hauptstadt, das war ja zeitgleich gewesen sogar, ich glaube sogar, das war in der letzten Folge, ja, in der letzten Folge war das, standen wir halt zeitgleich vor der Hauptstadt des Ptolemäer Empires und vor der Hauptstadt Karthagos, was kurioserweise nicht Karthago war, die Hauptstadt, sondern hier Tchelfa in Numidien, Numidia, jedenfalls hier oben in Nordafrika, und konnten diese beiden Hauptstädte erobern und dann waren wir bei 99% Winning Conditions im Militärsieg und das konnten wir dann, ja, diese Runde jetzt beenden. Ich bin happy! Okay, wir haben das Let's Play beendet mit einem, ja, grandiosen Sieg und uns kann wirklich niemand mehr stoppen. Das Ptolemäer Empire war nochmal ein ebenbürtiger Gegner, aber jetzt hier auch Athen, klar, die haben ja einiges an Einheiten zusammengezogen, wenn man sich das hier so anschaut, aber wir können unseren Legionen und Armeen nichts mehr entgegensetzen. Wir werden jetzt, oder wir würden jetzt halt noch die Reste des Keltenreichs übernehmen, dann auf die zwei Legionen hier unten noch warten und dann mit fünf, beziehungsweise sechs Armeen Athen den Krieg erklären. Die Seherrschaft ist uns einfach nicht mehr zu nehmen. Wir haben viel zu viel Trierim-Schiffe, als dass wir da nochmal in Bedrängnis geraten würden. Die Ptolemäer können uns hier auch nichts mehr entgegensetzen, man merkt das, sie haben ja nichts mehr, was sie uns entgegenwerfen können. Es kommt zwar vereinzelt von der Armee, aber im Großen und Ganzen ist das schon gut so und es macht auch wenig Sinn, jetzt die anderen Winning Conditions da noch einzuspielen, da wir einfach absolut überlegen sind. Es war ein schönes Let's Play, Leute, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, das Game hier zu spielen mit euch zusammen und ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen Freude bereiten mit diesem Let's Play. Bis dahin, euer Zahadum und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht in einem meiner anderen Let's Plays. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, das wäre nett. Und ansonsten, bis dahin, Freunde der Nacht, bye bye, euer Zahadum.